Herzlich willkommen wieder zu einem neuen 360 Grad Video mit der neuen Kamera von Samsung Gear. Die werde ich jetzt hier auf den Hexatronen montieren. Wie gesagt, ein kleines Experiment. Ich hoffe es klappt. Die Samsung ist 50 Gramm schwerer, die Rekorde 92 Gramm gewogen. Die Samsung 360 Grad Kamera liegt um die 150 Gramm. Mal schauen, ob ich hier mitfliegen kann. Die Auflösungen sind deutlich besser. Ich kann hier mit 4K die ganze Geschichte filmen. Ich werde mal probieren, wie die ganze Sache geht. Die Kamera fängt an zu filmen. Ich bin selber sehr gespannt, ob der Hexatronen zurechtkommt. Das ist ein sehr ungünstiger Start hier im Feld. Gucken wir einfach mal, ob es klappt. Die Kamera ist doch recht schwer. Im Flug waren es nur einige Sekunden für uns einfach nochmal. Ich bin halt hier bei der Kamera. Ja! 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 Ja!